Verrate mir, wer bin ich? Kapitel 22 Eine unmögliche Aufgabe Alles war grau und wirkte weit entfernt. Wie ein Schwarz-Weiß-Film, der eine Häuserwand zeigte und dessen Ton ausgeschaltet war. Jean lag am Abgrund ihres Brunnens. Über ihr sah sie ein Licht in der Ferne. Mühsam erhob sie sich und krallte sich an die Wand. Sie setzte ein Fuß auf einen hervorstehenden Stein und kletterte nach oben. Das Monster kam hinein und brachte Essen, redete mit ihr und malte ihre gemeinsame Zukunft. Die junge Frau hörte und sah nichts. Sie ahnte nicht, welchen verzweifelten Kampf ihr Werter mit seinem inneren Ungeheuer führte. Noch überwog die Sorge über ihr Wohl, die Hoffnung auf die wahre Liebe. Doch das Monster forderte ihren vollständigen Besitz. Jean war mit dem Aufstieg ihres Brunnens beschäftigt. Ihr Geist verdrängte die Gegenwart und wurde von der Vergangenheit überrollt. Hermine rauschte in Harrys modernes Büro. Sie dürfen hier nicht einfach so rein, schimpfte die Sekretärin hinter ihr. Ja, das sagen sie alle. Ob sie für diesen Satz in der Schule für Sekretärinnen üben? Wahrscheinlich haben sie dort einen Spiegel und üben Lächeln und böse Gucken. Harry, das kann doch nicht dein Ernst sein, funkelte sie ihren besten Freund an und baute sich vor ihm auf. Ihr lasst mich eine Verschwiegenheitsklausel unterzeichnen und stellt mir dann eine unmögliche Aufgabe? Harry hatte sich in einen Text vertieft. Mit einer Hand stützte er seinen Kopf ab, mit der anderen verfolgte er die kleine Schrift. Als er aufschaute, war ein roter Handabdruck auf seiner Wange. Für eine Sekunde war es still und man hörte die Vögel durch das offene Fenster zwitschern. Setz dich! Er nickte zu seiner Sekretärin, die an der Tür lauerte. Kaffee? fragte er Hermine. Die Brünette pustete die Wangen auf und blies dann langsam die Luft raus. Sie musste sich beruhigen. Meinetwegen! Zweimal bitte ohne Milch mit Zucker, sagte Harry zu seiner Angestellten. Er kannte Hermines Gewohnheiten. Jawohl, Mr. Potter, antwortete sie und knallte die Tür zu. Beide zuckten zusammen. Die ist aber gereizt, sagte Hermine und setzte sich auf einen Stuhl. Dabei wirbelte Staub auf und sie bekam einen Niesanfall. Und du bist der Engel in Person. Na gut, wenn er sie direkt darauf ansprach. Warum soll ich Draco Malfoy ausspionieren? Kam sie gleich auf den Punkt. Weil du perfekt dafür bist. Die Tür ging auf und sie schwiegen. Hermine griff nach dem Kaffee und bedankte sich artig. Von allen Menschen auf der Welt war Draco Malfoy der Letzte, dem sie begegnen wollte und das wusste Harry. Diesmal wurde die Tür etwas leiser geschlossen. Sie hatte sich schon ihre Argumente zurechtgesucht und räusperte sich. Es gibt drei Gründe, die dagegen sprechen. Erstens, ich bin eine Muggelgeborene. Aus diesem Grund wird er mich wie Luft behandeln und beschimpfen. Harry holte Luft, um zu widersprechen, doch Hermine hob die Hand. Zweitens, ich bin eine schlechte Agentin. Er wird sofort durchschauen, was ich vorhabe. Und drittens, wir hassen uns. Er wird mir niemals vertrauen und ich werde keinen gemeinen Trick wie Veritas oder ähnliches anwenden. Ihr kennt euch gar nicht gut genug, um euch zu hassen. Da hatte er eventuell recht. Damals waren sie Kinder und später hormondurchtränkte Jugendliche. Sie wusste nicht, wer Draco Malfoy war. In Wahrheit hatte sie auch keine Lust, das herauszufinden. Du wirst das schon irgendwie schaffen, Hermine. Du schaffst es immer. Ohne dich hätten wir Voldemort niemals besiegen können. Hermine betrachtete Harry. Er hatte tiefe Augenringe und bereits winzige Lachfalten. Sie trank einen Schluck Kaffee und verbrannte sich die Zunge. Aua! Er wollte ihr eindeutig Honig ums Maul schmieren. Sie sah keinen Grund, auf die Forderung des Ministeriums einzugehen. Es sei denn, der andere Teil in der Akte stimmte. Glaubt ihr wirklich, dass Malfoy heimlich an einem Obliviate-Heiltrank forscht? Harry klopfte mit den Fingern auf den Schreibtisch. Wir haben verlässliche Quellen. Und ihr habt Angst, dass es ihm gelingt. Die Todesser haben nach der großen Schlacht nicht aufgehört. Sie haben Muggel und Muggelstämmige Hexen gequält. Als wir einige schnappten, waren alle obliviert. Trotz Veritaserum konnten wir nichts nachweisen. Einige waren so dumm und haben nicht nur ihre Straftaten, sondern ihre Geheimverstecke obliviert. Sie dachten wohl, das Ministerium befragt sie dazu. Soweit ich weiß, habt ihr das auch getan, meinte Hermine vorwurfsvoll und nahm vorsichtig einen Schluck vom schwarzen Getränk. Im Nachhinein hätten sie ihre Erinnerungen gern wieder. Wenn jemand den Obliviate rückgängig macht, dann das Ministerium. Wir müssen die Ersten sein. Harry beugte sich in ihre Richtung. Wir brauchen diesen Trank. Hermine nahm einen weiteren Schluck. Sie kannte Harrys Einstellung dazu. Er wollte den Trank für seine Auroren. Sie wollte ihn für ihre Eltern. Und Draco für seine Todesserfreunde? Harry bemerkte ihr Zögern. Draco wird des Mordes verdächtigt. Dass er die drei umgebracht hat, wurde nie bewiesen. Harry lächelte. Hatte sie ihn verteidigt? Weil die Zeugen obliviiert wurden. Alle Indizien sprechen gegen ihn. Ich glaube nicht, dass er schuldig ist. Harry legte den Kopf schief. Ist das dein Ernst? Damals hat er nicht für Voldemort gekämpft. Warum sollte er es nach der Schlacht machen? Und hast du ihn nicht verteidigt und gesagt, dass er Dumbledore nicht töten konnte, obwohl er damit sich und seine Familie in Gefahr gebracht hat? Er grinste sie an. Das ist genau der Grund, weshalb ich dich für den Job engagiere. Jeder andere würde gegen ihn aussagen. Du bist ihm gegenüber neutral. Neutral? Harry winkte ab. Soweit es eben geht. Wenn du seine Unschuld bezeugen kannst, glauben dir die anderen. Jetzt sollte sie auch noch für seine Freiheit kämpfen. Hermines Magen rebellierte. Zu viel Kaffee. Sie stellte die Tasse weg. Falls er unschuldig ist. Ein Feuerwehrwagen fuhr am Fenster vorbei. Beide schauten hinaus und sahen den Spatz. Der versuchte lauter als die Sirene zu zwitschern. Hermine war für einen kurzen Moment neidisch. Wie einfach wäre doch das Leben als Vogel. Versprichst du mir, dass ihr den Obliviate auf die Liste der unverzeihlichen Flüche setzt? Harry rieb sich die Augen. Du weißt, dass dies nicht meine Entscheidung ist. Ich werde als Fürsprecher auftreten, aber die Abstimmung kann ich nicht beeinflussen. Hermine überlegte und hatte plötzlich eine Idee. Sie würde dorthin gehen und weiterforschen. Wenn Draco sie durchschaute, konnte das Ministerium ihr keinen Vorwurf machen. Sie zwinkerte Harry an. Norwegen soll schön sein. Jean saß in ihrem Loch und wiegte sich hin und her. Sie war eine Spionin und hatte Draco verraten. Sie wollte sich nicht mehr nach oben kämpfen. Hier unten sitzen war viel einfacher. Es klingelte und Draco schaute auf die Uhr. Immerhin waren sie pünktlich. Er wappnete sich. Wer hätte gedacht, dass er seinen Erzfeinden freiwillig die Tür öffnen würde? Bist du allein? Fragte Harry und schaute an ihm vorbei. Neben ihm stand Ron. Beide Zauberstäbe hangen sichtbar an ihrer Seite. Die Schultern waren angespannt. Sie wirkten, als wollten sie sich gleich mit ihm duellieren. Der Blonde nickte. Damals hatte er auf der falschen Seite gestanden. Bei seiner Familie. Er war sich nicht sicher, ob Potter und Weasley die richtigen waren. Das neue Trio. Ron, Harry und Draco? Er würde vorsichtig sein. Willst du uns nicht reinlassen? Forderte Ron. Willkommen in meinem bescheidenen Heim. Sagte er zynisch, trat beiseite und machte den beiden Männern Platz. Sie waren erwachsen und keine Kinder mehr. Hoffentlich würde das ausreichen. Entspann dich, Draco. Glätte die Stirnfalten. Entspanne die Augenbrauen. Lass den Kiefer locker. Achte auf deinen Atem. Draco krallte sich an den Türrahmen. Ihm wurde schwindelig. Eine Erinnerung durchflutete ihn. Er sah Jane. Nein. Es war Hermine. Hermine im Schneesturm.